Servus liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zu einem News Video der etwas anderen Art. Denn ihr seht schon, dass Mythic Dungeon International 2021 findet statt bzw. wird jetzt ausgetragen. Ich möchte euch in diesem Video, da ich echt richtig heiß darauf bin, ein paar Infos dazu geben. Wer teilnehmt, wo ihr euch das Ganze ansehen könnt, wie das Ganze stattfindet und so weiter und so fort. Alle Infos in einem Video. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo, da würde mich sehr freuen. Und ansonsten schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Los geht es mit dem heutigen Freitag um 18.30 Uhr. Ihr könnt die ganzen Spiele auf dem YouTube-Kanal von World of Warcraft anschauen. Ich verlinke euch diesen mal in der Infobeschreibung. Wenn euch der deutsche Kanal beispielsweise nicht zusagt, könnt ihr aber auch ruhig auf den Englischen ausweichen. Dort wird es auch übertragen. Wir haben das ganze Wochenende Action. Also wir haben jeweils um 18.30 Uhr gehen die Übertragungen los. Ich denke mal ab 19 Uhr, wie es hier steht, werden die Spiele gestartet bzw. die Match-Ups. Ist immer 19, 19, 19 Uhr, also Freitag, Samstag, Sonntag, jeden Tag 19 Uhr. Aus Erfahrung gehen die Events meistens so 4 bis 5 Stunden, wenn ich mich nicht irre. Also da hat man dann auch den ganzen Abend was zu tun. Der nächste Cup findet statt. 5.6.7. Februar, der 3. am 26., 27. und 28. und der 4. am 12., 13. und 14. März. Wofür das wichtig ist, diese Cups und was das Ganze bedeutet. Im Normalfall haben wir immer ein Bracket, ein Gewinner-Bracket und ein Verlierer-Bracket, wo Spieler im oberen Bracket die Teams gegeneinander antreten. Der Verlierer rutscht ins Loser-Bracket und tritt dort gegen einen weiteren Verlierer an. Und am Ende hat der beste Verlierer quasi nochmal die Chance, in das obere Bracket reinzurutschen und gegen den Finalisten von dort zu spielen. Also wenn man einen Match-Up verliert, ist man nicht sofort raus. So war es zumindest bisher immer. Ich denke, das wird auch jetzt so sein. Aufgrund der Platzierungen in einem solchen Cup werden an die Teams Punkte vergeben. Die Teams seht ihr hier. Perplexed, Self-Reliance, Diego Way, Deplete from Beyond, Paint for Fam, Poor Luca, Couch Potato, Method EU, No Snitch, Eklatax, The Boys und The Doppler Effect. Am Ende sammeln diese Teams in allen vier Cups Punkte und die Teams oder die acht Teams mit den meisten Punkten rutschen in die Finalrunde weiter. Bisher war es immer so, dass diese Finalrunde auf der BlizzCon ausgespielt wurde. In diesem Jahr haben wir natürlich keine BlizzCon aufgrund der Corona-Pandemie. Bedeutet, die BlizzCon findet nur online statt. Aber das ist auch schon im Februar und ist dann quasi schon bevor diese Finalrunde stattfindet. Deswegen gehe ich davon aus, dass Blizzard für die Finalrunde ein gesondertes Online-Event veranstalten wird. Ich denke, das lassen sie sich nicht entgehen. Und da kämpfen dann die Teams in einem finalen Bracket um den Sieg. Ihr seht schon, es werden insgesamt 300.000 US-Dollar Preisgeld ausgespielt. Ich weiß nicht, war letztes Jahr für Platz 1 100.000 oder 50.000 US-Dollar? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube 100.000 Dollar für den Sieger, irgendwas sowas um den Dreh. Eben auf alle fünf Spieler dann aufgeteilt. Im Vergleich zu anderen E-Sport-Events noch eine relativ geringe Summe. Aber wer weiß, die Events werden immer gut geguckt. Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Jahren noch. Was ist eure Meinung dazu? Seid ihr auch schon sehr gespannt auf das MDI? Ich bin es auf jeden Fall. Ich gucke das immer sehr, sehr gerne. Vor allem, weil man da immer sieht, wie Spieler auf dem wirklich höchsten Level in den Dungeons performen. Also in der Regel könnte ich euch das so vorstellen. In den Matchups wurden in der Regel immer 16er oder 18er Keys gespielt. Und beide Teams treten gleichzeitig da drin an. Und wer schneller fertig ist, gewinnt einen Punkt. Und am Ende, wer drei Punkte, beziehungsweise Best of Three in den Erstrundenspielen war es, meine ich. Und im Finale Best of Five. Wer dann zwei, beziehungsweise drei Runden für sich entscheiden konnte, hat das Duell gewonnen. Also wie ich finde, ein recht spannendes Matchup. Gucken wir mal, wie es dieses Jahr wird. Ich verspreche mir auf jeden Fall sehr, sehr viel. Vor allem auch cool, weil Shadowlands gerade noch am Anfang ist. Und da man jetzt auch doch mal sieht, wie die richtig guten Spieler in diesen Dungeons so abgehen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Wenn dem so ist, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.